Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einem neuen Teil bzw. zu einem speziellen Teil. After Urlaub, After Holiday, After Vakanzi, wer auch immer hier zuschaut. Was passiert ist, was nicht passiert ist, zeige ich euch gleich nach dem kurzen Intro. Bleibt dran! Ja Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil hier auf Weipers Meerwasser und ja, ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Es ist auch im Moment relativ viel zu tun, es ist stressig. Nicht nur wegen Corona, sondern auch, ja, ihr seht selber draußen, der Sommer steht vor der Tür und ich habe ja nicht nur das Aquarium, ich habe ja auch noch einen relativ großen Garten, der zu bewirtschaften ist. Ja, ich denke mal jetzt in den Sommermonaten wird es nicht ganz so viele Videos von mir geben, wie bisher von mir gewohnt. Ich versuche natürlich immer was dazwischen zu schieben, so dass ihr dann auch, ich sage jetzt mal, versorgt seid und ich habe ja auch noch einiges in der Pipeline. Ja, kommen wir jetzt aber zu dem, was ich hier in diesem Video kundtun will. Ich habe im Endeffekt tatsächlich jetzt mal Urlaub gemacht und die entsprechenden Vorbereitungen, die dafür zu treffen sind, um mein Becken sicher rüber zu kriegen von der einen Woche in die nächste, ohne dass ich anwesend bin, das zeige ich euch jetzt gleich hier. Ja, grundsätzlich ist es so, dass wenn man in Urlaub geht, dass wir eigentlich alle das gleiche Problem haben, haben wir jemanden, dem wir das Becken anvertrauen können und ist es wirklich so aufgestellt, dass es auch, ich sage jetzt mal im Endeffekt, die eine Woche mit Fremdbetreuung überleben kann. Sollte es eigentlich, also grundsätzlich, wenn man ein Aquarium sich anschafft, sollte man im Vorfeld dann darüber nachdenken, wann fahre ich in Urlaub, ist das Becken vielleicht bis dahin schon stabil oder nicht und wenn es dann passt, dann kann man das Becken, so wie ich das gemacht habe, im Prinzip an meine Nachbarin übergeben, mit ganz geringem Aufwand und was ich da im Vorfeld vorbereitet habe, ist eigentlich relativ einfach. Ich habe erstmal meine Osmosebestände aufgefüllt, so dass meine Nachbarin im Prinzip nur noch über meine Fernbedienung bzw. über mein Schlauchsystem ein Knöpfchen drücken muss, um das Osmosewasser aufzufüllen. Das ist das Erste. Kann man natürlich auch mit anderen Möglichkeiten regeln. Das nächste wäre die richtige Futtermenge. So, jemand, der das Becken nicht kennt bzw. das Becken, was zu betreuen ist, nicht kennt. Sollte immer darauf achten, dass wenn es fremd versorgt wird oder betreut wird, dass die Futtermengen, die gefüttert werden und die Zeiten dementsprechend vorgegeben werden. Ich habe es zum Beispiel so, dass ich die entsprechenden Würfel, blende ich euch mal eben noch mit ein, ich habe ja diese Eiswürfel bzw. portioniere mein Futter in dieser Eiswürfelbecher bzw. in die Silikonform ein und das ist genau die Futtermenge, die ich über den Tag brauche. Die gehen zweimal am Tag, geht ein so ein Würfel da rein. Also ein Würfel an zwei verschiedenen Zeitpunkten und das war im Prinzip dann auch schon im Prinzip alles, was meine Nachbarin machen sollte. Bis auf eine Kleinigkeit noch, die dieses Jahr dazugekommen ist. Und die zeige ich euch jetzt. Die Sache, die dieses Jahr hinzugekommen ist, sind zwei Dinge. Einmal ist es ja natürlich meine ReefWave. Da fragt ihr euch jetzt natürlich, was hat die denn damit zu tun? Zum Ersten, die ReefWave hängt im Internet drin. Wer sich hier richtig angemeldet hat und die über die Cloud betreibt, hat die Funktion der Benachrichtigung bei dieser App bzw. bei dieser Pumpe, wenn irgendwas mit dem Gerät nicht stimmen sollte. Wie zum Beispiel keine Verbindung zum Internet. Wenn jetzt keine Verbindung zum Internet besteht, nach fünf oder zehn Minuten, gibt mir die Cloud eine E-Mail-Warnung. Dann bekomme ich eine E-Mail und kann dann dementsprechend sehen bzw. eine Warnung in der App bei mir auf dem Handy, egal wo. Und kann dann sehen, irgendwas stimmt nicht. So, jetzt kann das aber natürlich auch mal in Anführungszeichen ein Verbindungsfehler sein, den ich schon wie beschrieben und wie erklärt, der kann auftreten, dass sie einfach mal keine Verbindung zum Netz hat. So, jetzt habe ich eine zweite Sicherheitspaket noch eingebaut und zwar ist das eine Cam. Und zwar eine Überwachungscam, die ich per App aus dem Netz heraus darauf zugreifen kann. Und zwar so, ja, diese Cam hat im Prinzip die Möglichkeit, man kann sie als Überwachungskamera einsetzen, die dann so und so viel Gigabyte im Netz speichert. Will ich aber nicht. Ich will einfach nur die Möglichkeit haben zu gucken, ist mit meinem Becken alles in Ordnung. Oder wenn eine Meldung von meiner Pumpen-App kommt, also sprich von der ReefWave eine Warnung kommt, habe ich tatsächlich eine Verbindung zum Netz, ja oder nein? Ist irgendwas mit dem Aquarium, wenn ich auf diese App bzw. auf das Video nicht zugreifen kann, dann kann ich immer noch hingehen und meine entsprechenden Kontakte aktivieren. Meine Nachbarin fragen, ist alles in Ordnung mit dem Becken, da mal anrufen, haben wir vielleicht einen Stromausfall gehabt oder, oder, oder. So habe ich mich jetzt dieses Jahr auf dem Urlaub vorbereitet. Wir waren anderthalb Wochen weg, also länger wie sonst. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten einmal eine Situation, da hat die App sich gemeldet, die ReefWave, und das war aber nur ein Internetausfall. Aber, dementsprechend hat man natürlich erstmal in dem Moment, oh scheiße, was ist los? Aber grundsätzlich ist es so, ich habe die USV am Laufen bei mir, die dafür sorgt, dass das Becken zweieinhalb bis drei Stunden immer noch mit Strömung versorgt wird. Das ist schon mal der erste gute Punkt. Wenn danach die Strömung ausfällt, lebt das Becken immer noch anderthalb auf zwei Stunden weiter, weil die Korallen ja dementsprechend hingehen und die Fische Sauerstoff ziehen. Hat man also roundabout ein Zeitfenster von ungefähr fünf Stunden, sage ich jetzt so pauschal in die Runde. Das heißt, in diesen fünf Stunden kann man reagieren. Ich habe einmal, wie gesagt, meine Nachbarin, die nur die Routinearbeiten macht, Wasser auffüllen, füttern. Und dieses Jahr musste sie halt die Scheiben noch sauber machen, damit ich über die Kamera sehen kann, ob noch alles in Ordnung ist. Und im Hintergrund hatte ich dann noch einen anderen Aquarienkollegen, den Marvin, der bei mir hier in der Gegend wohnt, der auf mein Becken eingewiesen ist, der auch wusste und weiß, wo alles steht und tut und macht. Der hat selber auch ein sehr großes Becken. Und das wäre dann mein absoluter Notfallplan gewesen, wenn irgendwas passiert wäre. So, jetzt ist mit meinem Becken bis auf eine einzige Kleinigkeit nichts passiert. Und die Kleinigkeit, die bei mir passiert ist, meine Drachenkopfsehnadel, die ich eingesetzt habe, habe ich nicht wiedergefunden. Ich weiß es nicht, ob sie eingegangen ist, ob sie in eine Pumpe gekommen ist. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr da. Das ist das Einzige, was bei mir passiert ist. So, jetzt hatte ich gestern dann einen kleinen Notfall. Ihr seht es wahrscheinlich im Hintergrund auch, dass wieder die Ablegerbänke in meinem Becken hängen. Und der Kollege, der sich um mein Becken im Notfall kümmern sollte, hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, er hat einen Nitratpiek gehabt. Und zwar ging es sich darum, er hat Drahtalgen von einem guten Bekannten bekommen. Und diese Drahtalgen haben sich nach kurzer Zeit bei ihm im Technikbecken aufgelöst. Ja, somit hatten wir einen Peak in diesem, glaube ich, 1200 Liter Becken von Nitrat 5 auf Nitrat 100. Fragt mich jetzt nicht, wie das passieren kann. Also bei Drahtalgen ist es so, die können sich auflösen. Das sieht man denen im ersten Moment nicht wirklich an. Fakt ist, seine ganzen SPS sind zu 80% platt. Und das bisschen, was ich jetzt da noch stehen habe, ist der klägliche Rest und das Backup. Ja, er pflegt sein Becken jetzt wieder in die richtige Position, also sprich, dass seine Wasserwerte wieder runterkommen. Und ich gucke, dass dem seine übrigen SPS, die noch übrig sind, bei mir jetzt erstmal sich wieder erholen. Und anschließend, wenn alles wieder gut ist, geht es dann wieder rüber und dann geht es dann bei ihm weiter. Aber so seht ihr, es kann immer irgendetwas passieren. Es sind Kleinigkeiten, man möchte einen Drahtalgenfilter aufmachen oder einen Filter mit Algen machen. Und ja, da steckt man nicht drin, das kann passieren. Ja, aber wie ihr im Hintergrund bei mir auch sehen könnt, also mein Becken läuft sehr gut. Ich habe eigentlich keine nennenswerten Verluste. Also wie gesagt, das mit der Drachenkorb-Seenadel ist sehr schade. Aber wie ich ja auch schon gesagt habe, ich habe sie nicht wirklich fressen sehen. Und sie war relativ lange, ist sie eigentlich recht fit und recht munter durch die Gegend geschwommen. Keine Ahnung, genau jetzt in der Woche ist es halt passiert. Sie ist weg, kann man nichts dran machen. Wer aber noch fit ist, das ist mein Sechsstreifen-Lippie. Der tigert hier die ganze Zeit durchs Becken rum und ist fleißig am Picken und am Tun und am Machen. Also das Backup für die Planarien bzw. für die Akropora fressenden Stuhlenwürmer ist da. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe jetzt wieder relativ viel und genug gequatscht und entlasse euch ins Wochenende. Und ich werde versuchen, demnächst wieder ein paar mehr Videos auf die Reihe zu kriegen. Wie gesagt, angedacht sind ja noch die Technik-Videos. Sprich, was habe ich für eine Technik verbaut und wie setze ich sie ein. So dass wir von oben nach unten runter gehen. Das werde ich definitiv in Angriff nehmen. Mal gucken, wie ich das auf die Kette kriege. Und ich würde sagen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, die Infos, die ich euch weitergegeben habe, schreibt es mir runter in die Kommentare. Lasst bitte den Daumen da. Das ist mir ganz wichtig. Und falls ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an. Dann hört ihr auch wieder, wenn ich was raushaue, da es momentan halt nicht so regelmäßig ist wie sonst. Ich würde sagen, ich bin raus für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal zum kurz erklärt-Tagehocheintrag oder was auch immer ansteht. Bis zum nächsten Mal. Euer Weiber. Ciao. Ciao.